Du solltest unbedingt tiefer sprechen, denn tiefe Stimmen werden als kompetenter wahrgenommen, wirken vertrauenserweckend und dass es Karriere fördert. Stimmt das wirklich? Ich mache dir mal ein paar Versionen einer tiefen Stimme und du vergleichst mal. Hi, ich bin Antje Langnickel von Stimme Nürnberg, ich bin Stimmtrainerin und ich spreche jetzt mit dir mit einer ganz tiefen Stimme. Wie wirkt das auf dich? Hi, ich bin Antje Langnickel, Stimmtrainerin und man hat mir gesagt, ich soll tiefer sprechen, weil ich dann besser Karriere mache. Hi, ich bin Antje Langnickel, Stimmtrainerin und man hat mir gesagt, ich soll tiefer sprechen und möchte gerne wissen, wie diese Version jetzt auf dich wirkt. Während ich bei den ersten beiden Versionen meine Stimme manipuliert habe, und das wirkt eben nicht vertrauenserweckend, habe ich beim dritten Mal über eine ganz natürliche Lage gearbeitet. Wir nennen das die Indifferenzlage. Das ist die optimale Stimmlage für jeden von uns, ist individuell unterschiedlich und das ist nicht manipulativ. Lass uns doch gemeinsam eine ideale Stimmlage rausfinden. Im Smartphone-Kurs Find Your Voice schaffen wir das in sieben Tagen und wir kommen auch dahin, wie du diese Lage sicher abrufst und dann im Alltag anwendest. Schreib mir Info, wenn dich das interessiert und ich melde mich mit Details.